Freunde von NiceFriends, hier ist Walli aus der Boutique Ola Lamun Bergkörperstraße 576, Jentgöln und Weide, so, jetzt haben wir wieder für euch ganz schöne neue Ware und das heißt hier auch die süße Mickey Maus mit langen Armen, man kann 3,4 oder lang antragen, sieht ganz putzig aus, macht sich auch ganz gut, ist ganz schön, auch diese tolle Schockhose und die süße Mickey Maus ist eine Einheitsgröße, wie ihr seht, ist aus Naturfasern, super Druck, sieht echt klasse auswendig und hat einen Preis von 19,50 Euro, da kann man nicht meckern, genau, dann haben wir auch hier die süße Maus, die ist auch 19,50 Euro, Mickey und Minnie Maus, für unsere Mickey und Minnie Maus Fans, was ihr seht, könnt ihr das auch weiter auch langer tragen, also jetzt für den Übergang optimal, für warm und auch für kühlere Tage und es sieht immer klasse aus, besonders auf Chins oder auf die Schockhosen und das für 19,50 Euro. Dann haben wir einmal einen Kamouflage Schluck, auf machen wir die Mickey Maus, sieht auch ganz ganz klasse aus, da haben wir auch eine tolle Hose für, einmal eine Komfortshose oder auch diese tolle Schockhose, nein, zwei, sorry, die war ich eigentlich, ja, ich hab's nicht auf die Augen, sondern für die Schockhose, so, sieht auch ganz in der Traufgangsklasse aus und das für 19,50 Euro komplett und diese Hose sind ein bisschen Lederoptik und die kommt dann haben wir auch die kleine Mickey Maus, also wir haben auch lang und kurze, die Minnie Maus, die Minnie Maus, genau, ihr seht das immer von hinten oder von der Seite, also die Drucker sind wirklich klasse, die lassen sich sehr gut waschen, kleben und auch sehr gut tragen, so, hier haben wir einmal lang, das Tunica, genau, auch die 19,50 Euro, die kleine Minnie, so, also die kleinen Balken, die Strumpfalken, ganz minimal angedeutet, damit die auch einen super tollen Sitz hat und wie ihr seht, hat auch eine tolle Länge, kann man auch als Tunica oder auch als Schleifraben, kommt immer auf die Größe der Frau an. Ja, hier haben wir auch nochmal, die Streit, zur Papa, Red Net, Lucky Red Net, sieht auch super klasse aus, super Trend, super Qualität, auch für 19,50 Euro, oder auch dieser hier, mein, diesen rosa, also mit rosa Schleifchen, genau, die mein etwas Schild bei Musik, wie man so sieht, bei diesen rosa Schleifchen, die lässt sich voll gut gehen, genau, ja, wir haben eine ganze Familie, wie es aussieht, ja, wir haben Donald, wir haben Minnie, wir haben Pluto und wir haben Mickey, genau, einmal, ja, richtig toll vertreten, genau, das ist auch für 19,50 Euro, dann habt ihr ja, auch diese Mickey Maus, mit Minnie Maus, mit einem Herzchen, auch ganz süß auch, mit Sternzen, weil ich euch verliebt, ja, einfach toll, hier haben wir auch noch einen kleinen Pulli, von 19,50, sieht auch ganz futzig aus, auch ganz süß, zwei Giraffen, mit zwei Giraffen, einmal die kleine Giraffe, einmal die Mutter Giraffe, auch weiter Giraffe, Süß, ne, nach vorne guck, und hinten guck, und das für 19,50 geht es auch für Einschaltgröße, hier habt ihr noch einen Mickey Maus, auch einen Pulli, hier lebt ihr nochmal, bis ihr zu den Sternen guckt, auch für 19,50, und ich sehe, die lachen von einem ganz gut aus, sind richtig toll und auch sehr bequem, und machen sich ganz gut auf Sheens und auch auf Schockgröße, so, jetzt haben wir auch mal, ein Zweiteiler, das heißt, hier eine Schockhose, seitlich Tiefel, und vorne dieser Jacke, mit Kapuze, Einheitsgröße, sieht auch klasse aus, und kommt zusammen 39 Euro, also zwei Teile, große Plusjacke, insgesamt 39 Euro, das Teig gibt es auch nochmal, die schockige Teig, gibt es auch nochmal, eine Farbe schwarz, sieht dann auch ganz klasse aus, und ist auch eine Einheitsgröße, also auch für 39 Euro, so, ja, jetzt haben wir die Zweiteis, eine Kapuze, 24,50, sieht auch ganz klasse aus, so, hier sind wir richtig schön lang gearbeitet, könnt ihr auch wieder als Kleid oder als Hunde übertragen, sowie auch diese Zweitejacke, frische Farben, genau, auch Mickey Maus, so, hier sind wir, so, bitte nach unten, gut gebunden, also kann man sich ohne weiteres unten binden, hier oben ist eine Kapuze dran, dann kann man das vorne oder hinten binden, ist auch eine 24,50 ist die Jacke, geht zum Übergang, sieht die optimal aus, sieht total aus, ja, gleiche, auch nochmal schwarz, ja, da, Mickey Maus Kopf, auch 24,50, also für unsere Mickey Maus Fans, hier könnt ihr wieder richtig zuschlagen, hier gibt es ganz, ganz tolle Sachen, zu fairen Preisen, muss man auch mal sagen, auch 24,50, besonders, weil es alles eine Naturfaser ist und keine Synthetikware, das ist hier in schwarz, sieht auch ganz toll aus, das ist hart, ja, das ist hier ganz viele schöne Sachen, ja, richtig schön sportlich haben wir diesmal geholt, da kann man alles drauf tragen, genau, dann haben wir hier für 22,50, dann haben wir auch dieses Teil, hier im roten Kopf, mit schwarz, das ist auch ein ganz tolles angenehmes Material, das fertig, ist ganz weich und fällt auch sehr gut aus, da gibt es auch nochmal, auch nochmal, den grauhton, ist auch nochmal da, ja, cool, vorne so, hier, ja, auch 22,50, dann haben wir auch dieses Teil, Ja, oder unter einer Dienst. Ja, das könnt ihr euch mal auswählen. Dann haben wir auch dieses Fetchy, 24,50. Das ist auch cool. Kleiner drin, ein bisschen piratenähnlich. Mhm. Auch mit einem Strasssteinchen. Das hier 24,50, auch eine ganz tolle Qualität. Jetzt auch noch mal ein Blau, das ist auch wieder der Ausdrucksholz. Auch für 24,50. Die Qualitäten wirklich super, die Nähte sind super bearbeitet. Hier habt ihr noch ein Selbstblend. Für 29, das Kleid. Ganz stark bearbeitet, also ist sehr aufwendig gearbeitet mit den Hüten. Mhm. Sieht schön aus. Ja, die Selbstblend, da macht immer so raffinierte Sachen. Vor allem die kriegt man nur einmal im Jahr und dann nicht mehr. Und das finde ich so gut an ihm. Du auch? Ja, ich mag ihm seine Sachen, weil er auch sehr hochwertig arbeitet. Auch für 24,50. Ja. Dann haben wir den Totenkopf. Kann man jetzt auch ganz gut. Ja. Ja. Dann wiederholt sich das. Genau. Hier holt sich das einmal vorne. Mhm. Und einmal hinten. Das ist cool, ja. Das sieht auch in die Ton aus. Und der Preis ist 29 Euro für die Jacke. Mit Kette. Hier nochmal. Schwarz. Das ist auch cool, ja. Hier nochmal das Schwarz. Das ist auch cool, ja. Und dann Niedrigklass raus. Das ganze nochmal, wenn man so sieht. Sieht auch ganz klasse aus. Mhm. Ja. Diese Bluse gibt es auch nochmal. Die Bluse. Da hat auch was, ja. Ja, so eine schöne schwarze Rose oder eine kleine Rose drauf. Oder auch ein falsches Rot. Sie haben ja auch immer sehr beliebte Goldtöne. Mhm. Sieht auch ganz klasse aus. Das sieht auch immer aus, ja. Das ist als italienische Mogel bei Ihnen. Hier auch hier. Diesen Royal. Blau sieht die auch toll aus. Mhm. Sieht ganz gut ausgedacht. Sieht auch in schwarz. Also zu tollen Farben, konnte sich gar nicht entscheiden. Da hat man gedacht, nehmen wir durch. Das ist wie 19,90 Euro. Die Top-Buse mit Kette. Dann haben wir auch hier. Das ist auch ganz süß. Ja. Eine kleine Mickenmaus. Das ist auch für 15 Euro. Ja, was für Teenies, oder? Ja, das ist so indirekt mit Teenies ist das gearbeitet. Da vorne so und so. Mhm. Und hier gibt es auch nochmal in größeren Größen. Ja, cool. Hier gibt es verschiedene Größen. Die sehen auch einfach klasse aus. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sind durch. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, wir sehen uns. So, dann sag ich jetzt einfach mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.